Ab September ändert sich das Wiener Öffinetz für jeden dritten Fahrgast. Auch für Julia, Leo und Paul. Julia wohnt in Ottakring und studiert am Schottentor. Leo wohnt in Liesing und arbeitet am Westbahnhof. Und Paul wohnt in der Seestadt und arbeitet im Donauspital. Hey ihr drei, ab September werden eure Wege noch einfacher. Denn dann gibt es mehr direkte U-Bahn und bessere Bus- und Straßenbahnverbindungen. Das heisst weniger umsteigen, kürzere Fahrzeiten und schnellere Wege durch die Stadt. Schauen wir uns die grösste Netzänderung seit Jahrzehnten gleich genauer an. Die U1 wird verlängert und wächst um fünf neue Stationen. Damit ist man ab September in 15 Minuten vom Stephansplatz in Oberla, also in der Therme. Die Verlängerung bringt übrigens auch Verbesserungen für das Busnetz im Süden Wiens. 14 Buslinien werden auf die neue U1 abgestimmt. Zusätzlich entsteht ein neuer Busknotenpunkt bei der U1-Station Alaudergasse. Aber auch in Julias Grätzl tut sich einiges. Die Straßenbahnlinien 2 und 44 tauschen ab dem Johann-Nepomock-Berger-Platz die Linienführung und Endstellen. Die Linie 2 fährt ab September vom Johann-Nepomock-Berger-Platz weiter bis nach Dornbach und die Linie 44 nach Ottakring. Damit kommt Julia künftig direkt mit dem 44er zur Uni am Schottentor. Fahrgäste aus Dornbach kommen ohne Umsteigen zum Oberknoten-Volkstheater und den Linien U2 und U3. Neues gibt es auch in Hitzing. Die BIM-Linie 60 wird von Hitzing zum Westbahnhof verlängert und die Linie 10 fährt künftig weiter bis unter St. Veit. Beide Linien ersetzen damit die bisherige Linie 58. Damit kann Leo ohne Umsteigen bis zu seinem Büro am Westbahnhof fahren. Und Paul? Tja, der kommt schneller in die Arbeit. Denn ab September fährt an Schultagen von Montag bis Freitag in der Früh jeder Zug der U2 von und bis in die Seestadt. Leo, Julia und Paul freuen sich. Ab September sind sie mit den Öffis noch schneller in Wien unterwegs.